Moin Moin und herzlich willkommen. Jürgen und ich sind endlich wieder los und wir stehen heute beim Freibad in Nefa. Denn hier ist heute geöffnet. Endlich wieder ab 10.30 Uhr. So, jetzt kann es losgehen. Endlich lädt das kühle Nass hier wieder ein und man kann sich erfrischen. Die Temperaturen sind da. Jetzt kommt auch die Sonne noch mal raus. Hoffentlich hält sich das Gewitter einfach zurück und verzieht sich an die Nordseeküste. Denn heute ist hier die Eröffnung. Und die ersten Besucher sind da, freuen sich schon tierisch und nehmen die Rutsche, nehmen das Sprungbecken. Die Kinder sind hier und freudestrahlend. Von daher, jetzt kann es losgehen. Kommen Sie alle fleißig her. Natürlich immer mit Abstand und mit Hygienevorschriften, die man einhalten muss. Aber egal, das machen wir jetzt. Wir müssen jetzt wieder so ein bisschen Spaß haben. Das haben wir uns verdient. Und ja, lass uns starten in die Freibad-Saison. Übrigens, am 15.07. ist dann Zeugnisschwimmen. Das heißt, das ist die erste Aktion aus dem Ferienpass und damit starten alle Ferienpass-Aktionen. Also, 15.07. hier im Freibad für alle Kids, sponsert vom Förderverein. Und ja, ansonsten kommen Sie her. Hier macht es Spaß und hier können wir uns abkühlen und endlich den Sommer beginnen lassen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020